Endlich, es geht wieder los. Jetzt gilt es, mental stark zu sein, körperlich wieder in Form zu kommen, kritische Situationen souverän lösen zu können und Umsatz- und Upselling-Chancen wieder gänzlich mitzunehmen. Genau dafür habe ich, speziell für die gehobene, inhabergeführte Hotellerie, das Restart-Programm entwickelt. Mit dem Online-Programm verhelfe ich Ihren Mitarbeitern zu einem gesteigerten und reaktivierten Gastgeber-Mindset. Gebe Tipps zur mentalen Stärke bis hin zum Beschwerdemanagement und sorge dafür, dass die Kasse, die Umsatzkasse, aber auch die Tippkasse wieder ordentlich klingelt. Ein mobiles E-Learning-Portal, Austausch in der Gruppe und Zoom-Calls tragen dazu bei, dass Ihre Mitarbeiter zum Restart fit und wieder top motiviert sind. Als dann die Frau Menschel gesagt hat, wir machen dann bei diesem Restart mit, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich echt gedacht, Was ist denn das für ein dummes Zeug? Wer braucht denn sowas? Ich war anfangs so ein bisschen unsicher, ist das ein guter Weg? Aber dann, als ich die ersten zwei Lektionen gesehen habe, da habe ich echt gedacht, hey, Hammer. Ja, wir machen mit bei dem Restart-Programm und sind völlig begeistert. Ich bin zum einen unserem Arbeitgeber erst mal dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, so ein Restart-Seminar durchleben zu dürfen. Dann dem Rainer Lagemann für die wertvollen Tipps, die wir bekommen haben. Wir sind eben ein Haus, was authentisch ist, was familiär geführt ist und wo wir eben auch eine persönliche Atmosphäre haben möchten. Und das trägt das Team jetzt super mit und ist ganz begeistert bei dem ganzen Restart-Programm. Vielen Dank. Ich freue mich auf Sie.